Einen Cloudspeicher zu benutzen, das macht in vielen Situationen sehr viel Sinn. Nun bin ich ja aber hier auf Linux Mint bzw. Ubuntu und auch hier kann ich natürlich einen Cloudspeicher benutzen. Allerdings gibt es hier ein paar Dinge, die man beachten muss und die würde ich gerne nach dem Video erklären und möchte euch natürlich auch einen Weg zeigen, wie ich den gleichen Komfort wie auf Windows habe. Los geht's nach dem Intro. Zugegeben, die Installation von Google Drive auf Ubuntu ist nicht ganz so trivial wie auf Windows. Auf Windows habe ich eine Exe-Datei des Desktop-Clients, installiere den und der fängt an, meine Dateien zu synchronisieren. Genau das gleiche möchte ich natürlich hier auch in Linux Mint bzw. Ubuntu haben. Ja, ich kann direkt hier den Google Account hinzufügen. Ich glaube, da muss ich hier auf Konten gehen. Hier gibt es den Punkt Internetkonten und hier könnte ich jetzt meinen Google Account hinzufügen. Ich würde dann auch meine Dateien sehen. Das Problem dabei ist aber, ich sehe die Dateien dann nur in so einem gestreamten Modus, also die sehe ich nur online. Sobald mein Gerät kein Internet mehr hat, sind die Dateien weg. Das hat zwei Nachteile. Zum einen kann ich offensichtlich auf die Dateien nicht zugreifen, wenn ich kein Internet habe. Zum anderen bin ich auf eine gute Internetverbindung angewiesen. Und für mich der wichtigste Punkt, streng genommen habe ich dann kein Backup. Denn die Dateien liegen ja nur auf der Cloud und halt eben nicht nochmal lokal auf meinem Computer. Gut, aber was mache ich jetzt, um die Dateien wie bei Windows halt zu synchronisieren? Und dafür ist ja auch eigentlich Google Drive und diese ganzen anderen Cloud-Lösungen gut. Ja, das geht allerdings ohne eine grafische Benutzeroberfläche. Es gibt noch eine kommerzielle Lösung, die nennt sich InSync. Die kann man auch kaufen, wenn das Ganze jetzt hier zu kompliziert ist. Der kann sich auch quasi ein InSync-Account kaufen. Allerdings finde ich, dass die Preise schon ziemlich happig. Denn man muss hier diesen Solo-Account, also hier Sync-Only ist dann normal das Richtige, für 30 Dollar kaufen. Dann würde ich doch sagen, legen wir mal direkt los und installieren das Ganze so, wie ich mir das vorstelle. Zum Hintergrund, ich benutze hier einfach die Anleitung von Ubuntu-Users. Das ist einer meiner Lieblingsseiten, wenn es um einfache Anleitungen für mein Linux im Mint geht. Wichtig dafür ist auch hier diese Launchpad-Seite. Alle Seiten, die ich jetzt erwähne, die findet ihr natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Damit das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, muss ich einen PPA hinzufügen. Und das mache ich am einfachsten mit den beiden Befehlen, die ich hier unten finde. Die kann ich mir einfach rauskopieren. Mach in Linux mein Terminal auf. Ja, hier mache ich erstmal ein Upgrade natürlich. Also das war jetzt nicht Teil des Videos hier. Ich wollte eigentlich vorhin einen Upgrade machen, aber der will ja immer noch eine extra Confirmation haben. Also bevor ich hier Videos starte oder überhaupt irgendwas mache mit Linux, mache ich immer ein Upt-Update und ein Upt-Upgrade. Da bin ich dann halt auf der sicheren Seite, dass ich die aktuellen Programme habe. Und ich würde euch das jetzt auch empfehlen, bevor ihr hier anfangt irgendwas zu installieren, solltet ihr immer hier auf dem aktuellsten Stand sein. Man kann das Ganze auch automatisch einplanen. Wir lassen das mal fertig laufen und fügen dann das PPA hinzu. So, ich habe jetzt eine kleine Bereinigung ausgeführt, alles auf den aktuellen Stand gebracht. Und jetzt würde ich sagen, sind wir doch bereit, Google Drive hier zu installieren. Und zwar in der Variante, dass ich eben offline meine Dateien synchronisieren kann. Bevor wir jetzt mit dem ganzen Spaß anfangen, schlage ich vor, wir legen einfach mal einen Ordner an, den wir als Sync-Ordner festlegen wollen. Dazu gehe ich ins Home-Verzeichnis von meinem Nutzer, lasse mir hier mal alles anzeigen und kann jetzt hier mit mkdir zum Beispiel einfach Google Drive anlegen. So, und da wechsle ich dann schon direkt einmal rein. Wie versprochen, müssen wir jetzt aber noch die PPAs hinzufügen oder das PPA genauer gesagt. Und das mache ich eben mit diesem Befehl. Hier bin ich jetzt schon root, ich gehe aber mal raus und mache das mit dem sudo-Befehl und hoffe, dass das Ganze dann so funktioniert. Das scheint geklappt zu haben, das sieht erstmal gut aus. Und ja, hier ist auch ein apt-get-update wieder dabei gewesen und da sehe ich auch, dass er das gemacht hat. Und was ich jetzt mache ist apt-install-greif2, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das g-arrive oder einfach nur drive war, ich glaube, also nicht die zwei hinten dran, genau, also mit ja bestätigen. Und jetzt gehe ich mal zurück zu Ubuntu-Users und hier sehe ich jetzt hier auch apt-get-install-greif, also ja, Google Drive halt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das richtig installiert habe. Er hat es jetzt wohl installiert, obwohl ich sudo gar nicht davor gesetzt habe. Okay, dann ist das wohl so. So, jetzt wechsle ich als der Nutzer nochmal ins Home. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Seht ihr, jetzt habe ich nämlich als root-user dieses Verzeichnis angelegt, also eben Home Useful Bit. Und hier mache ich jetzt ein rmdir auf Google Drive, gehe hier nochmal raus und lege das Verzeichnis jetzt nochmal mit dem richtigen Benutzer an. Dann ist auch sichergestellt, dass es die richtigen Berechtigungen hat. Wir sind jetzt also in dem Google Drive Ordner und jetzt können wir eigentlich mit der Einrichtung der Synchronisation beginnen. Diese Einrichtung ist eigentlich ziemlich trivial, aber wie ihr gesehen habt, habe ich ja an dieser Stelle schneiden müssen. Und ich zeige euch jetzt, warum. Ich bin jetzt im normalen Mint-Knom-Terminal, müsste das glaube ich sein. Und jetzt gebe ich einfach mal den Befehl, gehe rive-a ein. Jetzt startet die Authentifizierung mit diesem Link hier. Und den kann ich irgendwie doppelt anklicken. Ich halte dabei immer Steuerung gedrückt. Auf jeden Fall öffnet sich dann eben mein Browser und ich kann mich jetzt hier mit meinem Konto anmelden. Das habe ich zu oft geklickt. Ich melde mich hier einfach an, sage ich vertraue der Anwendung. Und dann bekomme ich hier diesen Autorisierungscode. So, jetzt habe ich hier aber ein Problem. Ich kopiere den jetzt mal, mache wieder das Terminal auf und mache einen Rechtsklick und sage, einfügen. Und wie ihr seht, sind jetzt vorne und hinten solche komischen Sonderzeichen erschienen. Ich bin weder in der Lage, die wegzulöschen, noch das Ganze richtig einzugeben. Wenn ich das Ganze jetzt so bestätige, dann schlägt das Ganze fehl. Was ist jetzt die Lösung? Ja, ich habe lange rumgesucht und die Lösung ist, einmal in die Anwendungsverwaltung zu gehen. Ich will die mal öffnen hier. Und ich habe hier das XFCE4Terminal installiert. Das ist einfach ein separates Terminal. Sieht zwar erstmal genauso aus, hat aber nicht das Problem, dass hier komische Sonderzeichen mit kopiert werden. Also ich bin im gleichen Ordner hier in Google Drives und hier kann ich jetzt auch nochmal Arrive-A eingeben. Jetzt öffnet sich wieder dieser Link, also muss ich wieder draufklicken. Den alten Code kann man nicht verwenden. Ich wähle hier mein Konto aus, gehe wieder auf Weiter, kopiere diesen Autorisierungscode heraus und mache jetzt einen Rechtsklick, einfügen. Und jetzt sind diese Sonderzeichen vorne und hinten dran. Kein Problem mehr. Ich gehe mal auf OK. OK und jetzt fängt er an, Dateien zu synchronisieren. Ich mache jetzt mal hier ein LS-L3 hier und sehe, dass hier erstmal gar nichts synchronisiert wurde. Woran liegt das? Naja, dass halt bei mir auch noch nicht wirklich Dateien liegen und das wollen wir jetzt mal ändern. Ich mache jetzt mal hier MKT hier und lege mal einen Testordner an. Und jetzt führe ich Crive hier nochmal aus. Test doesn't exist, Uploading. Jetzt hätte ich erwartet, dass der Ordner hier erscheint und tut er auch. Super. Also das funktioniert. Das gleiche funktioniert natürlich auch umgekehrt, wenn ich jetzt einen Test 2 hier anlege. und würde jetzt hier wieder zurückgehen für das Aus und jetzt wird dieser Ordner hier erstellt. Beide Ordner da, das heißt, ich habe die Synchronisierung in beide Richtungen getestet. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Skript, der mir das Ganze automatisiert und in regelmäßigen Abständen ausführt. Dazu gebe ich jetzt hier einmal PWD ein, kopiere das hier und gehe mal in den Texteditor. Hier schreibe ich jetzt ein kleines Shell-Skript, da müsst ihr euch jetzt aber nicht abschrecken lassen. Im Prinzip mache ich nur zwei Dinge, nämlich ein, ups, nein, das mache ich natürlich nicht. Ich mache ein CD in den richtigen Ordner rein, den ich synchronisieren möchte. Und hier führe ich dann den Befehl CRIVE einfach aus. Diese Zeile packe ich hier einfach an den Anfang. Und jetzt würde ich das Ganze mal speichern. Kann ich mal unter Dokumente speichern. Oder unter UsefulWid ist im Prinzip egal. Dem Ganzen gebe ich jetzt noch Rechte zum Ausführen. Und jetzt würde ich das einmal testweise hier ausführen. Scheint zu funktionieren. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ich muss es in die CronTab einplanen, dass es zum Beispiel im 15-Minuten-Takt läuft. Um das Ganze jetzt also im 15-Minuten-Takt laufen zu lassen, brauche ich die CronTab. Die CronTab kann ich mit CronTab-E zum Editieren aufrufen. CronTab-E. Und hier kann ich mir jetzt meinen Texteditor raussuchen. Das ist natürlich euch überlassen, welchen ihr benutzt. Ich werde den Wimtiny benutzen. Das ist die Nummer 2. Und hier muss ich jetzt eintragen, was laufen soll und wie oft es laufen soll. Wie man hier sieht, ist jetzt hier nichts drin. Ich bin auch etwas verwundert. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann das Ganze nur als Sudo aufrufen. Und auch hier nehme ich den Wimtiny. Und das ist nämlich die CronTab für den Root. Und ich glaube fast als derjenige müssen wir die auch ausführen. Deshalb mache ich jetzt mal das Ganze nochmal raus. Und wir führen das dann als Root aus, die CronTab-E. Und alles, was wir dafür brauchen, ist unseren Eintrag hier für die Zeit. Das ist der hier. Der heißt hier alle 15 Minuten. Ich mache jetzt mal alle 5 Minuten, um dann prüfen zu können, ob tatsächlich eine Synchronisation stattgefunden hat. So, alle 5 Minuten und danach kommt dann der Pfad des Skriptes, das wir ausführen wollen. Das Skript liegt hier. Da gibt es das schöne Kommando realpav. Das ist fürs Kopieren ganz witzig. Dann kriege ich hier den kompletten Pfad. Kann den kopieren. Und füge den einmal hier ein. So muss dann unser CronTab-Aufruf aussehen. Und dementsprechend mache ich jetzt sudo CronTab-E. Gehe ganz nach unten. Und füge das Ganze entsprechend ein. Und speichere das Ganze. Um jetzt zu testen, ob das funktioniert, kann ich hier einfach mal einen Ordner anlegen und sehen, ob der sich jetzt automatisch synchronisiert. Dazu gehe ich jetzt wieder hier in Google Drive rein. Ich sehe ja meine Ordner und dann mache ich mkdir. Oder ich mache doch mal mkdir. mkdir 5 Minutes. So was in die Richtung. So, der liegt jetzt da. Und wir haben jetzt 20.33 Uhr und um 35 müsste jetzt dieser CronTab loslaufen. Deshalb gehe ich mal zurück hier in meine Ablage. Aktualisier das nochmal. Und aktuell ist er nicht da. Und ich würde sagen, wir schauen doch mal, ob in zwei Minuten da jetzt gleich ein Ordner erscheint. 346 Minuten später. Ich habe jetzt auch nochmal einen Ordner erstellt im Google Drive. Und wir schauen auch dann, ob der zurück synchronisiert. Das mache ich deshalb, um zu sehen, ob der Ordner dann die richtigen Berechtigungen hat. So, wir haben es jetzt sogar live gesehen. Also der Ordner 5 Minuten ist hier. Entsprechend müsste jetzt hier auch ein Ordner sein, der 6 Minuten heißt. Das stimmt auch. Und jetzt sehe ich ein Problem. Genau. Der wurde als Root angelegt. Wahrscheinlich muss ich die CronTab des Nutzers, also des Benutzers, hier in meinem Fall UsefulWid benutzen. Und nicht die CronTab mit Sudo aufrufen. Bin nicht so vertraut mit der CronTab, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, wir gehen nochmal in die Sudo-CronTab. So, entfernen das Ganze. Ich lasse das dann auch im Minutentakt laufen. Beziehungsweise wir können es ja entfernen. Ich kopiere es mal raus. Ich brauche es ja gar nicht kopieren. Ich habe es ja eh im Notepad. Also einmal weg hier. Dann die CronTab als Nutzer ausführen. Dann gibt es da wohl eine eigene CronTab für diesen Benutzer. Und das soll uns ja im Prinzip auch recht sein. Und dann wieder das hier rein. Beziehungsweise wir machen das mal im Minutentakt. Dann müssen wir jetzt nicht so lange warten. Das solltet ihr natürlich nicht tun. Ist wahrscheinlich nicht so ratsam. So, einmal speichern. Und jetzt mache ich mal hier einen Ordner, der heißt einfach 7 Minuten oder 7 Min. Und jetzt schauen wir mal, ob der um 37 dann entsprechend synchronisiert wird. Und mit welchen Berechtigungen. So, wir haben 37. Die Spannung steigt. Tatsächlich. Also mit der richtigen CronTab funktioniert es auch mit den Nachbarn. Oder wie war das? Aber das können wir jetzt mal löschen. Und jetzt würde ich dann auch erwarten, dass in der Minute das Ganze synchronisiert ist. Gut, jetzt haben wir Google Drive kostenlos auf Linux eingerichtet. Ich finde das Endergebnis nicht mal schlecht. Also es ist zwar keine GUI. Das hätte ich tatsächlich in dem Fall schöner gefunden. Damit man da auch ein bisschen mehr sieht. In dem Fall wird einfach ein Executable aufgerufen. Nämlich G-Rive. Und das fängt dann an, die Synchronisation in beide Richtungen zu starten. Also ich bin immer über Vorschläge froh, wie es besser geht oder wie man es anders machen kann. Das ist jetzt hier nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist erstmal so, wie ich es mir hingebastelt habe. Denn ich habe genau das auch gebraucht. Im Hintergrund müssten wir jetzt gleich sehen, wie der 7-Minuten-Ordner verschwindet. Wobei ich nicht weiß, ob der live aktualisiert, wenn man den nicht im Fokus hat. Wir werden es gleich sehen. Also den, äh, nee Quatsch. Den 6-Minuten-Ordner, der muss ja verschwinden. Naja, also hier so ganz live scheint es nicht zu synchronisieren. Wir machen mal F5 und jetzt ist er weg. Okay. Also das hat geklappt. Die Synchronisation funktioniert jetzt also in beide Richtungen. Wir haben im ersten Schritt Google Drive authentisiert gegenüber Google und haben damit überhaupt erstmal die Grundlagen für die Synchronisation geschaffen. Im zweiten Schritt haben wir dann Contab eingerichtet und ein kleines Skript geschrieben, sodass diese Synchronisation jetzt hier in dem Fall im Minutentakt, aber auch halt im 5-Minuten-Takt passieren kann. In jedem Fall danke ich dir hier fürs Zuschauen und wenn du diesen Kanal unterstützen willst, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Ich habe in die Videobeschreibung einen Amazon Affiliate-Link gepackt. Wenn du darüber einkaufst, dann bekomme ich ein bisschen was ab. Informationsprox-RD Netzwerk'-Link Die Scheisse-Link Untertitelung des ZDF, 2020